Peter Klein und Yvonne Wölke verbindet nun nur noch ihr gemeinsamer Song Verbotene Liebe. Die Reality-Stars sollen endgültig getrennte Wege gehen. Peter Klein und Yvonne Wölke sollen sich definitiv nicht mehr Datenpunktzeit über einem Jahr kursiert das Gerücht. Peter Klein, 56, hätte seine noch Ehefrau Iris Klein, 56, im Januar 2023 mit Yvonne Wölke, 42, betrogen. Während Iris der felsenfesten Überzeugung ist, dass ihr langjähriger Partner fremdgegangen ist, bestreiten Peter und Yvonne vehement, dass etwas zwischen ihnen gelaufen ist. Gleichzeitig machen sowohl der Partyschlagersänger als auch die Schauspielerin zahlreiche kryptische Andeutungen, die den Eindruck erwecken, dass sie doch mehr miteinander verbindet als der medienwirksame Skandal. In Interviews betont Peter beispielsweise, dass die beiden gut befreundet seien. Gleichzeitig spricht er von Gefühlen für Yvonne. Und auch die 42-Jährige gibt gegenüber Bild zu, Peter vermisst zu haben, als er Ende 2023 für zwei Wochen in den Promi Big Brother Container gezogen ist. Immer wieder sollen sich die beiden Nachrichten schreiben, regelmäßig miteinander telefonieren und in der RTL-Show-Wettkampf in vier Wänden treten sie sogar als gemeinsames Team auf. Doch nun berichtet die Zeitung, Bild weiß, ein paar sind Yvonne und Peter nicht mehr. Was darauf schließen lässt, dass die zwei es tatsächlich einst miteinander versucht haben könnten. Jetzt verbindet sie nur noch ihr gemeinsamer Song verbotene Liebepunkt. Lediglich für ihr gemeinsames Musikprojekt würden Peter Klein und Yvonne Wölke nun noch in Kontakt stehen. Am 27. April wird Peter erstmals als Schlagersänger in der MK-Arena am Ballermann auftreten, auch Yvonne soll an diesem Tag anwesend sein. Etwa weil die beiden einen gemeinsamen Song herausbringen? Laut Bild stehen die vermeintlichen Turteltauben derzeit gemeinsam im Tonstudio. Ihre erste Single trägt den Titel Verbotene Liebe. Der provokante Titel, der sicherlich für Schlagzeilen sorgen wird, soll Yvonne zufolge jedoch kein Bärchen-Oting, sondern ein Statement für die Liebe sein. Peter und ich haben so viel gemeinsam durchgemacht, das schweißt zusammen. Es ist unfassbar, wie viel Hass zwei Menschen entgegenschlagen kann, die sich einfach nur gern haben, erklärt sie. Gegenüber der Zeitung wird Yvonne Wölke vermutlich erneut bestätigt haben, dass sie und Peter Klein kein Liebespaar sind. So heißt es, dass Peter noch mitten in der Scheidung von Iris Klein-Stecker und Yvonne es doch noch einmal mit ihrem Ehemann Stefan versuchen möchte.